So. Schnell bisschen heilen. Ja, mein Herr. Dann geht's nach... Los, los, rolle ein neues Gebäude, wo eine neue Konstruktion oder elektron-diplomatischen Brief erhalten, mein Herr. Und hurra! Ein königliches, ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Der Krieger klärt von Beugrund. Politische Übersicht. Und? Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Unser Königs war ein Kind bekommen. War leider kein Prinz, ein Prinzessin, kann leider nicht zur Königin werden. Verschätten wir hier ein bisschen spielweit weniger Probleme. Naja. Hurra! Die Kontrolle über eine Stadt wurde nun vollends übernommen. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, eure Hoheit. Seht euch die Festung des Feindes genau an. Eure Truppen müssen nur diese lächerliche Armee vernichten. Dann ist die Stadt unser. Eure Hoheit. Dies sind eure Stellungen. So. Eindeutig überlegen. Freut man sich. So ziehen wir weiter nach. Für die Ehe. Angriff. Politische Übersicht. Dies ist die Festung des Feindes. Eure Truppen müssen nur diese lächerliche Armee vernichten. Dann ist die Stadt unser. Eure Hoheit. Dies sind eure Stellungen. Oh, nur normal überlegen. Stand, halt, halt. Das können wir ändern. Europo Heiz. Der Feind steht vor der Niederlage. Der feindliche Marschall wurde getötet. Und wieder ein lustfreier Tag. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Für die Krone. Angriff. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Eine neue Konstruktion wurde... Seht euch die Festung des Feindes genau an. Dies sind die Verteidiger der Festung. Eure Hoheit. Dies sind eure Stellungen. Stand, halt, halt. Das wird noch ziemlich lang. Da lieber kann ich gegen Frankreich. Es muss vorbeigehen. Mein Herr, wir haben Sie schwer getroffen. Davon erholen Sie sich nicht. Aber das wird nicht das ganze Spiel lang. Ich will den Amt nicht laufen. Wie lautet euer Befehl? Für die Krone. Politische Übersicht. Ein fortgeschrittenes Spiel. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Dann wird es deutlich schwerer. Und wie man sieht, Lehmberg und Jedesan haben sich aus Kiew gebildet. Mit der zwei Stadtstaaten. Byzanz wird auseinandergenommen. Der Vatikan hat an Kruse gewonnen. Der Vatikan ist übrigens das einzige Land, das von keinem Spieler gelenkt werden kann. Jedes andere Land kann man am Anfang vom Spiel auswählen. Nur eben nicht den Vatikan. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Hm, wir wollen Aquetanen angreifen. Das werden wir ja noch sehen. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Ich hasse ein, zwei Fronten Krieg. Das sollte man eigentlich immer vermeiden, aber hier ging es wohl nicht anders. Seht euch die Festung des Feindes genau an. Eure Truppen müssen nur diese lächerliche Armee vernichten. Dann ist die Stadt unsere Hoheit. Dies sind eure Stellungen. Nur ausgeglichen. Stehe bleiben! Das ist ja fast eine Beleidigung. Diese Ratten haben aufgegeben. Mein Herr, wir haben sie schwer getroffen. Davon erholen sie sich nur. Ach, macht er dazu gekommen. Der Blatt sieht gut aus. Wir gehen aus, Räbe! Wir gehen aus, Räbe! Wir gehen aus, Räbe! Die Feindliche Marschall wurde getötet. Das war ein sehr verlustreicher Konflissnitz. Der holt einfach ab. Was soll das eigentlich? Mein Herr, die Moral des Feindes schwindet. Wir haben den Anführer des Feindes getötet. Ich bin nun begabter. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauer. Ich weiß noch nicht, ob ich es erwähnt habe. Die Kontrolle über eine Stadt wurde nun vollends übernommen. Zu viel Geld kann auch schlecht sein. Nämlich, wenn man wirklich sehr viel Geld hat, dann beginnt die Inflation und man verliert wieder Geld. Kämpft um den Sieg. Politische Übersetzanten des Feindes rebellieren. Ach, so groß war Rails noch nie. Die Kontrolle über eine Stadt wurde nun vollends übernommen. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Der Normandie gibt es anscheinend. Die Kontrolle über eine Stadt wurde nun vollends übernommen. Möge Gott euch schützen, mein Herr. 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 Dies ist die Festung des Feindes. Jop, kennen wir schon. Eure Truppen müssen nur diese lächerliche Armee vernichten. Dann ist die Stadt und eure Hoheit. Dies sind eure Stellungen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Lass mal euer Satz. Dann rennt man in den Tod der schönen Stachwaffen. Diese Ratten haben aufgegeben. Oh, der König. Hier habt ihr den Kopf des feindlichen... Wie lautet euer Befehl für die Ehre? Angriff. Auf in die letzte Konvention. Politische Übersicht. Bullgrund. Zur Verziehung zu Sizilien und Kroatien haben sich sehr verbessert. Auch zu Burgund und Frankreich natürlich sehr verschlechtert. Naja, man kann es nicht ändern. Noch nicht. Ja, ihr habt noch manchmal hier kommen. Ach, Kreuzritter. Die können wir uns nicht angreifen. Ja. 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 Ja.